Jeden Abend, wenn du im Bett liegst, quälen dich gewisse Ängste, Zweifel, Sorgen, Gedanken, all diese Dinge. Und eine Frage, die du dir sicherlich stellst, ist, wie kriegst du dieses Theater in deinem Kopf endlich los? Weil du dir im Klaren darüber bist, dass es dein Leben sabotiert. Aber wieso schaffst du es nicht, diese Ängste zu bewältigen? Dein größtes Problem, mein Freund, ist, dass du dich immer noch mit diesem Scheiß in deinem Kopf identifizierst. Und sei ehrlich zu dir selbst. Jeden Abend, wenn du im Bett liegst, kämpfst du eigentlich nur gegen dich selbst. Nonstop. Wie? Du magst deine Gedanken nicht. Du magst deine Emotionen nicht. Du magst dein Leben nicht. Du magst dein jetziges Ich nicht. Oder das ist der einzige Grund, warum du ständig kämpfen musst. Ich verurteile dich nicht. Ich verstehe, dass du dich beschissen fühlst. Ich verstehe, dass es für dich schwer ist, all diese Dinge aufzubauen, die du dir aufbauen willst. Aber der Grund dafür ist, dass du immer noch gegen dich selbst kämpfst. Dass du immer noch einen Krieg mit dir selbst führst. Und der einzige Weg, um diesen Krieg zu beenden, ist endlich aufzugeben. Das Schwert niederzulegen. Du hast so große Angst davor, du selbst zu sein. Dass du all diese Energie in dir zerfrisst. Sodass du gar keine mehr davon übrig hast, um alles in deinem Leben zu erschaffen, was du willst. Denn wenn du etwas in deinem Leben erschaffen willst, brauchst du Energie. Du kannst Millionär sein. Dann hast du ein Vermögen. Aber du kannst genauso emotional vermögend sein. Verstehst du? Du kannst ein emotionales Vermögen haben, in dem du genug Energie hast. Und dieses emotionale Vermögen brauchst du, um beispielsweise Millionär zu werden. Oder beispielsweise deinen Körper aufzubauen. Oder beispielsweise wundervolle Beziehungen zu führen. Dieses emotionale Kapital ist das, was du brauchst. Aber du bist pleite. Emotional pleite. Du verschwendest jeden Tag Energie für nichts und wieder nichts. Und solange das so bleibt, bist du ein schlechter Investor. Jemand, der kein Vermögen anhäufen kann. Emotionales Vermögen. Und deswegen immer pleite bleibt oder sogar verschuldet ist. Das ist der Grund, warum du Schuldgefühle hast anderen Menschen gegenüber. Deiner Mutter gegenüber, deinem Vater gegenüber, deinen Freunden gegenüber. Das ist der Grund, warum du es nicht schaffst, etwas aufzubauen. Weil du dir glaubst, darf ich das eigentlich, darf ich das wirklich? Wenn ich etwas aufbaue und Gas gebe und alles erreiche, was ich eigentlich im Leben haben will. Verletze ich ja nicht meine Freunde oder meine Familie oder so. Du hast Schuldgefühle diesen Menschen gegenüber. Weil du emotionale Schulden bei ihnen hast. Aber das musst du nicht. Du kannst diese Schulden abzahlen. Emotional. Du kannst diese Angst in dir besänftigen. Diesen Krieg. All das kannst du beenden. Indem du endlich aufgibst. Deine Familie aufgibst. Deine Freunde aufgibst. Und den Kampf gegen dich selbst aufgibst. Dein altes Ich aufgibst. Aber du hältst daran fest. Du willst es unbedingt verändern. Und das ist der Grund, warum es nicht passieren kann. Denn je mehr du es versuchst, umso mehr sagst du, dass dort ein Feind ist, gegen den du kämpfen musst. Je mehr du versuchst, dich selbst zu bekämpfen, umso mehr verstärkst du diesen Feind. Das heißt also, die Aufgabe, die du hast, ist, dieses alte Ich in dir zuzulassen. Denn denk mal genau darüber nach. Kannst du einen Becher füllen, wenn dort bereits etwas drin ist? Du musst erstmal das Alter aus dem Becher loswerden, wegkippen. Und erst dann kannst du das Neue reinfüllen. Das heißt also, du musst lernen, dein altes Ich gehen zu lassen, loszulassen. Denn altes Ich hängt immer noch daran, mit deinen Freunden Zeit zu verbringen. Dein altes Ich hängt immer noch daran, einer Frau hinterher zu laufen. Dein altes Ich hängt immer noch daran, Chips zu essen den ganzen Tag lang. Und jeden Tag, wenn du das machst, verurteilst du dich dafür. Du kämpfst dagegen und sagst, so sollte ich nicht sein. Warum bin ich so? Was kann ich nur tun, um das zu ändern? Es geht nicht. Du kannst nicht dieses neue Ich reintun, wenn du das alter Ich nicht erstmal loslässt. Was du versuchst, ist das neue Ich reinzudrücken. Ohne Ende. Und deswegen entsteht dieser Druck. Deswegen hast du diese Probleme. Deswegen hast du diese Kopfschmerzen. Deswegen entsteht diese Reibung. Und du bist immer wieder und immer wieder und immer wieder am Ende. Beispielsweise denkt dein altes Ich, oh, ich habe heute schon wieder Chips gegessen. Oder ich war heute wieder nicht bei Fitness oder sonstiges. Denk es ruhig. Erlaub es dir. Denn in dem Moment, wo du dagegen kämpfst und sagst, oh nein, warum denke ich so? Ich sollte so nicht denken. Oder beispielsweise du denkst dir, oh, ich vermisse sie gerade. Ich liebe sie. Ich würde sie so gern schreiben. Und dann kommt der zweite Gedanke. Warum denke ich so, ich bin ein schwacher Mann, ich bin ein Idiot oder sonstiges. Dann kämpfst du gegen dich. Und dann fängt der nächste Satz an. Der nächste. Und du fängst an mit dieser Diskussion. Und musst dich rechtfertigen. Du musst dich rechtfertigen. Dir gegenüber. Ist dir das schon mal aufgefallen? Und genauso rechtfertigst du dich allen anderen da draußen gegenüber. Wenn du dein Business aufbauen willst, glaubst du, du musst zu Mama laufen oder Papa laufen und sagen, ja, Papa, Mama, deswegen mache ich das. Oder wenn du dein Business aufbauen willst, glaubst du, du musst zu deinen Freunden laufen und sagen, ja, das ist aus dem und dem und Grund. Und du musst sie überzeugen oder sonstiges. Scheiße auf die. Ich meine, damit nicht, dass du auf alle deine Freunde scheißen musst. Aber darauf scheißen, allen alles recht zu machen, wenn sie es von dir wollen. Du bist niemandem was schuldig. Du bist niemandem was schuldig. Nicht mal deinen Eltern bist du was schuldig. Verstehst du das? Wenn du dir denkst, okay, ey, ich bin mit meinen Eltern aufgewachsen. Die haben mich doch aufgezogen und haben mich groß gemacht und all das. Es ist deren Verantwortung. Wenn sie es nicht gemacht hätten, wären das einfach nur rücksichtslose, nutzlose Menschen. Denn wenn sie gesagt hätten, ich habe ein Kind in die Welt gesetzt und jetzt ist mir egal, soll es machen, was ich will. Wären das einfach nur verantwortungslose Menschen. Es ist ihre Pflicht. Es ist doch deine Pflicht, wenn du irgendwann ein Kind kriegst, deine Pflicht, dieses Kind zu erziehen. Du machst das doch nicht irgendwie, weil du dir denkst, oh ja, heute will ich das ist doch kein verdammtes Produkt, was du kaufst. Es ist deine Pflicht, als Elternteil zu sagen, ich kümmere mich um dieses Kind. Und wenn es dann erzogen wurde, ist es dir nichts schuldig. Genauso schuldest du deinen Eltern nichts. Auch deinen Freunden schuldest du nichts. Ja, meine Freunde sind immer für mich da gewesen. Nein, du schuldest ihnen einen Scheißdreck. Alles, was sie getan haben für dich, haben sie hoffentlich aus Herzen getan, weil sonst sind es keine wahren Freunde. Und hoffentlich wollen sie auch nichts dafür zurück. Denn wenn sie etwas dafür zurück wollen, sind es keine wahren Freunde, sondern machen dir nur Schuldgefühl. Und wenn du sagst, ich möchte mein Ding machen, durchziehen, Gas geben und all dieses Zeugs. Und sie haben ein Problem damit. Schneide diese Menschen sofort raus. Tschüss, auf Wiedersehen. Und fang an, skrupellos zu sein, was das betrifft. Steffa, du hast ein Vermögen und du sagst, ja, ich möchte jetzt mein Business starten. Und deine Freunde kommen zu dir und sagen, ja, aber dann musst du uns 500 Euro zahlen. Wie absurd und komisch ist das. Genauso ist es aber auch in deinem Leben mit deinen Emotionen. Ja, ich will mein Business starten. Ja, aber du bist uns was schuldig. Ich zahle erstmal. Es macht keinen Sinn. Das ist nicht die Mafia. Verstehst du? Und das musst du ablegen. Und nur dann, nur dann, wenn du das ablegst, wenn du aufhörst, jedem alles recht machen zu wollen, wirst du abends ins Bett gehen und dir sagen können, geiler Typ, ich habe heute vielleicht meine Mutter enttäuscht. Ich habe heute vielleicht meine Freunde enttäuscht. Aber ich liebe mich so sehr, das kann sich niemand vorstellen. Ich liebe mich so sehr dafür, dass ich einfach ich selbst geblieben bin. Danke, dass es mich gibt. Ich bin niemandem was schuldig. Ich habe keine Rechnung oder sowas offen. Ich bin frei. Frei. Einfach emotional frei. Und das ist der einzige Weg, wie du da endlich rauskommen kannst. Und wenn du bereit dazu bist, herauszufinden, wie du das Ganze für dich wahrmachen kannst. Herauszufinden, was du als Mann willst. In die Umsetzung zu gehen. Menschen in dein Leben zu ziehen, die wirklich dir und deine Werte entsprechen. Dann bewirb dich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu, Chad, ist unten in der Beschreibung. Dort werden wir genau darüber sprechen, wie du eben diese Schuldgefühle losfährst, um der Mann zu sein, der du wirklich sein willst. Um das aufzubauen, was du dir wirklich wünschst. Um die Beziehungen zu etablieren, die du wirklich brauchst in deinem Leben. Wenn du das machst, wirst du merken, dass du wahre Glückseligkeit finden wirst. In dem Sinne, das bis hierhin. Dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Let's fucking go, Chad. Action. Vorwärts. Paul.